Hallo, mein Name ist Desiree Dixmann-Altig und im Film spiele ich die Rolle Natalia Meyer. Natalia ist eigentlich, die schämt sich pausenlos eigentlich für ihre Mutter, weil die ist ja mega peinlich. Ja, es soll natürlich total lustig auch sein, es ist so Fantasy, Horror, Komödie, so ein Mix aus allem. Genau, dieser Mix ist total, also kann total erfolgreich werden. Drei Gründe, es ist echt Trollig. Der Film hat Flair. Man hat auch Angst einmal, also es ist wirklich eine Achterbahnfahrt und ich glaube eine Achterbahnfahrt sollte man nie verpassen. Immer mal ausprobieren. Das ist echt Troll.